Moin Leute, ich darf was ganz cooles verkünden und zwar werden wir am Sonntag, den 18.1. werden wir, also ich rede von Nils Schlieper, den Booster Schlieper, der ist ja 19 Jahre alt, der Naturalbudebüter und zusammen mit Bernhard Franz, IFBB, Men's Physikathlet, dem ein oder anderen auch als Mr. Shoulder bekannt, werden wir ein Live-Training machen, das heißt, wir werden wirklich ein gutes Training machen, jeder macht ein ordentliches Training, zum Beispiel steht bei mir Beine dran und bei Nils ist zum Beispiel Brust und bei Bernhard, ich glaube, der wird Arme trainieren. Wir werden also wirklich ein Live-Training machen, das wird unter meiner Seite www.danigüldner.com schrägstrich live, ja, da könnt ihr dann online zuschauen, ja, und entsprechend immer in den Satzpausen werden wir Fragen beantworten, das heißt, es wird ein sehr, sehr interaktives Training und es soll ganz klar dahin dienen, dass wir eure Fragen möglichst ausführlich, möglichst auch trainingsbezogene Fragen, vielleicht auch gerade, was wir soweit gemacht haben, weil wir einfach so gedacht haben, so ein typischer Hangout ist einfach ein bisschen langweilig geworden, wir möchten nicht mehr einfach vor der Kamera sitzen und immer wieder labern, sondern wir wollen auch mal wirklich was Innovatives machen, sowas gab es nicht, deswegen hier, wir sind der Erfinder, ein Live-Training, ich wüsste nicht, dass es sowas zumindest schon in Deutschland gab und wenn nicht, ist es bei mir vorbeigegangen, deswegen freue ich mich, wenn ihr einschaltet und zwar am 18.01., das ist der Sonntag um 21 Uhr, nochmal um 21 Uhr wird das Live-Training sein, wir werden das Ganze aus dem Kraftwerk in Göttingen filmen, vielen Dank erstmal an Uwe und wir freuen uns, ja, also verfolgt uns, abonniert uns und dann erhaltet ihr auch weitere Informationen, in diesem Sinne, wir sehen uns, Sonntag 21 Uhr, macht's gut!